So Leute, hier ist euer Striker-Stream und jetzt zeige ich euch eine ganz klassische Art. Wie geht's? Ihr kennt den YouTuber Mobilshocker. Kennst du den YouTuber? Nein, aber ich kenne ihn nicht mehr. Conor, kennst du ihn? Ja. Wollen wir Bock einen? Achtung, er schlägt. Das geht dann alles zu power, wie wir hier. Wie lange dauert es? Ja, bis ein Tor rauskommt, das lebt aber lange. Burg einnehmen, aha, okay. Warte, Mobilshocker, das ist ein... Aha, ein Lama. Darfst du das finden? Nein, geöffne. Conor? Dafür. Hahaha, geht nicht. Garton ist aus wie ich hier. Conor? Drei, zwei, zwei. Ne, eins, zwei. Conor? Du schießt doch oben die Borg, ne? Warte, warte, warte. Ich muss jetzt irgendwie wieder passieren. äh ja klar wir müssen beide dort hochkommen und was finden ach du scheiße ich war ich hab schon eine leichte vermute spiel wird gestartet wir müssen beide waffen haben ja nur eine waffe weil du das hammer geöffnet hast ja intelligenz wo bist du unten ich glaube ich soll den vater wird das eine krieg gespawnt das lama wenn man auf mit spiel das b beendet ne sorry konner war ungeduld ist weil er immer freundlich weil er das herr lama geärgert hat das hat öffnen als geöffnet also deine schuld wir müssen wir müssen teilen die waffen wenn es aber nicht da ist muss ich mit neu starten steht wieder da bereit doch wenn man den boden umbringen den boden absetzen warte ich nehme eine das hier mit und du kann ich nehme die mit nebel stuttgart haben ich benötige noch dinks du hast doch mich nicht mehr und nimmt diese waffe noch mit die zeit gedämpfte vieles kann dir uns helfen wir haben vier minuten zeit komm jetzt go pushen die das ist eine linie einheit guck uns an gott achtung konner ich habe die maps einmal ausprobiert aus neugier also die mission ist es die murg einzunehmen weil die murg ist und irgendwie soll dort ein lama drin sein die murg ist von center deswegen bist du wieder ja so erster wach posten kann man den boden hier abschüssen schock nur eine weg hier weg hier Kona, wenn? Wer ist Kona? Hast du Minis? Gebet von ihm! Gebet von ihm! Es ist so schön! Kona wo bist du? Gebet von ihm! Gebet von ihm! Ne, noch ne! Atom Kona! Oh, da ist Lama! 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 Anda! Wir haben gewonnen! Nein, nein! Wir müssen alle Leute ausschalten! Keiner hat noch mitbekommen! Doch, wir müssen das öffnen! Keiner hat noch mitbekommen! Keiner! Wanne! Ich habe die Wachposten! Du kümmerst dich erst mal um die Wachposten! Okay? Ich habe den Modus selber nur einmal oder zweimal ausprobiert und wir haben das Lama geöffnet. Also müssen wir noch die Wachposten eliminieren, oder? Ja! Wie viele gibt es noch? Äh, noch ein paar! Wir können nicht bauen leider in dem Modus! Soll ich gucken ob ich denn einen umbringen kann? Oh! Ich kann bauen! Oh! 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 Das ist Hип malware! Ah! Oh! 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 Oh, oh! 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 der unbestiegbare habe ich umgebracht ich bin doch nicht bei uns scheiße ja dafür dieser gedämpfte wo bist du wie viele wachposten sind es noch noch genügend schaffen neue runter neue runde ist so kommst du die erfüge nicht aber okay aber ist solange ich meine skar krieg wie weit kommen wir in der nächsten runde und natürlich ist es für meine abonnenten immer den kod einblenden den koh titel auch ganz ich nehme die skar okay ich darf öffnen ich darf öffnen ich brauchte die patroon ach so stimmt ach fach wollte ich gar nicht haben gar nicht nimmst du ich brauchte die kleine munition das habe ich gar nichts ach so das war kleine beides wir haben vier minuten zeit der modus ist aber lustig oder ja wir müssen die wissen wir haben die wir geklaut und deswegen müssen die treten weißt ja wo wir sie sind nicht er hat genommen also ein kleiner wir müssen ein paar mal auf dem boden hier treffen normal kann er den kann man auch aushalten den musst du mit der apple sie umbringen denn ein der unbeziehbare den kannst du ab ein paar mal er ist er ist schuld er ist schuld den ist zu einer ich weiß wohl noch einer ich habe einen 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 ich schieß schon tausend Mittel drauf Mann, da hat man ja nichts bohr'n, Scheiße Das ist so, und die ganze Zeit machtfälzen Ich find gar keins Mann, ich hab einen richtigen guten Trick für nix rund Ich verstehe an alle Türen Ich habe sie einfach nicht raschiert Wir waren aber weiter zusammen, ne? Auf jeden Fall Das ist doch die beste Idee, die wir nie gehen hatten hier Ich feiere den Modus Bereit? Bereit, starte! Wir nehmen wieder die kleine Muffin, wir beide Ich kriege Ska und Srot Bist du schon da? Beim Halama? Nein, aber jetzt Ich glaub Ich könnte dir alles öffnen darfst Ich gönne es dir Ne, öffne du! Nach dir! Das soll schnell gehen Äh, wo ist Äh, wo ist Äh, wo ist Deine Drohnen wieder Und Ich Und das Ich glaub auf ne gute Katzenrunde, ne? Ja Aber Aber wie findest du den Emote von der Katze? Geil Conor Ich Lass mich die RPG wieder, okay? Ich kenn es ganz einfachen Trick Wir müssen Alle zerstören Der Unzerstörbare, ne? Hat auch einen Schwachpunkt Ne, Conor? RPG 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 Conor, was wir seit über dem Auto schon Bist du auf deiner Campergele hier vorne? Sind da aber viele Wachposte, ne? Ja Sonst muss ich aber wirklich gar nicht vergessen Zauber Zauber Hier draußen muss ich eigentlich aktiv liegen Ich nehm den Den hast du Gut Vorne Ich geh zunahme Nur die Waffe Ich kenn jetzt den Trick, den wir jetzt machen Zauber Beide ist, mach bitte Oh Verwäh den Chaffee Partner, rette mich Verwäh den Chaffee Du hast selber was zu tun mit dem Fahrt Wo bist du? Im Torm? Da Ich bin grad gestiegen ah da bist du genau und ab mir muss hier müsste noch einer sein ein Oben drauf kommen wir übernieten, Scheiße. Kann ich so nach den anderen Wachposten, okay? Hab einen! Und du? Gut weißt du wo die anderen sind. Es sind noch drei, oder? Ich weiß wo weiße sind. Danke. Oh oh, sorry. Oben sind noch weiße. Die letzten sind oben. Ich will den machen. Okay, hatte. Und? Komm Connor, noch einer. Ich lieg da an dir Connor, hilf mir mal mit deiner Zeit. Der letzte ist unten, draußen bei der Box. Und? Ja. Wir haben es geschafft, Wander. Die Burg wurde gereilt. Die Burg wurde eingenommen. Und? Gut gemacht. Die Statistiken stimmen gar nicht. Ich werde Scheibe überlegt jetzt. Noch eine Runde? Nein. Nein. Noch, noch? Nein. Hat sie zu früh verabschiedet. Ja, moin. Aber, aber gute, gute Idee von Meister, ne? Ja. Ich glaub, ich glaub dann wieder direkt vor, wenn ich meine Sachen hab. Wollen wir mal Waffentausch spielen? Ja, okay. Dann noch das. Dann noch das. Dann noch das. Wann mal schauen. Ah, die ein Pikadier. Äh, jetzt, jetzt geh ich hin. Äh, du hast noch monif- Ah, ne. Jeder hätte eine Pistole kriegen können. Oder? Weiß. Aber irgendwie kann ich aber nicht hier noch viel. Doch, 300. Jeder. Du hast aber deine Scar. Ich weiß. Ich find das wohl Mist ist, was ich brauchen kann, irgendwie. Ich hab noch zwei Maps auf Lager. Ähm, irgendwie kannst du jedes Video willst. Frag mich, ne? Man muss erst mal schlau sein, oder Connor? Ja. Ich glaub sie's. Ich muss jetzt mal ein paar Runden spielen, damit du weißt. Ja, das, 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 was wir machen müssen. Der, der lebt ja noch. Sein Krieg stemmt wird. Ich darf aber das Lama öffnen. Ja, okay. Herr Lama. Kümmerst du dich? Du Ehren-Ulfer. Ich brauche die beiden. Ich brauche Sie einfach zu examen. Ich brauche das. Ich brauche jetzt nach der Anfassung. Ist... Wo ist der andere? So, ich brauche ich. Wir haben viel Glück das am besten hier. Ich brauche auf der Tunnel Übelung zu durch. alles in der kontrolle connor wo bist du ich brauche deine hausse ich brauche deine hausse ich brauche deine hausse Connors sucht mit, wo sind die anderen drin. Alle Türbe. Komplett. Alle. Ne? Gut. Meinst du so? Komplett. Komplett. Einfach. Ja genau. What the fuck do we have? What are we going to do now? Everybody is in red. I might as well say I should go on. I could be safe for me to go. I was lucky. Wo sind die anderen zwei? Einer ist noch in Form, oder? Okay. Okay. Ja. Let's do it, huh? Nein, it's mine. Yeah! Alles aus, zwei, Connor! Zuck in Rekordzeit! Es ist schon alles, was ich bringe. Das ist doch die neue Rekordzeit, ne Connor? Ja. Komm. Es dauert irgendwie eine Sekunde, oder die Zeit ist noch Ende. Hälst du mir mal kurz beim abbauen? Ich wundere mich. Nicht. Aber wir haben unseren Rekord geknackt, ne? Ja. Ja. Ich muss mal später wieder gewünscht werden. Ich weiß nicht, wie ich vorgestellt habe. Aber ich konnte euch ja sehr schön angucken, wie wir einen Rekord haben. Ja, das für einen Runden feier ist. Ja. Wir haben unseren Rekord, ne Connor? Ja. Erst mal gucken, wo wir... Was hast du denn so für Spiele? Ich habe wie heute sehr viele Spiele gespielt, und so weiter. Warte, ich werde ja auf diesem Video noch ein paar Likes sehen. Auf Wiedersehen. auf wiedersehen...